Lass mal 90 Minuten campen, okay? Links hier direkt am... Und dann einen töten. Links hier das Camp direkt. Ich seh dich, ich seh dich. Seh dich, wow. Nice. Das ist krass. Naja, okay. Wo willst du da hin? Willst du da irgendwie... Ich zieh, ich zieh in den Kreis. Ich zieh in den Kreis. Mitten rein, Junge. Okay. Ja, das ist noch eine andere. Nice. Ich bin einfach... Alter, so eine perfekte Landung. Was? Du musstest erstmal machen, Leute. Ich bin gerade so hoch geflogen. Nochmal. Ah, ich bin auch schön gelandet. Oh, du bist ein bisschen weiter... Oh Gott, bei mir ist einer drin. Bei mir ist einer drin. Echt? Hinter mir ist jemand. Ja, ich werd angeschossen. Ich hab ein bisschen Schaden bekommen. Lauf, lauf, lauf. Er schießt immer weiter auf mich. Er ist eine Schrot. Nimm einfach Abstand. Abstand. Ja, 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 ja. Ich hab schon Fallschaden bekommen. Und 40, 30, 20, 30 immer noch. Töt ihn, töt ihn. Töt ihn. Mama, bitte. Mach den kalt, den Junge. Geh ins Haus. Ich heim mich gerade. Manuel, geh ins Haus. Ich verblute sonst. Ich verblute gerade. Ja, ja. Okay, ich bin im Haus. Okay. Guten Tag. Ich hab ihn gesehen. Er rennt weiter nach links. Er ist den nicht hinterher. Nice. Der bringt mir richtig viel, der Boden. Wir bleiben hier drin. Campen die Scheiße raus. Von ne Waffe. Ohne Witz. Wir bleiben hier drin. Und wenn die Tür aufgeht, baller ich den einfach zum Mond. Ja. Das ist schön. Das find ich gut. Ich knall den weg. Mach es. Mach es. Leute, wenn ihr reinkommt, ich bring euch... Von wo? Von wo denn? Ohne Mist. Ja, genau. Genau. Ich treffe ihn viermal. Noch ein Rassileben. Ich treffe ihn viermal. Und Muni leer. Alter, das musst du dir unbedingt bei mir angucken. Alter, das war die Härte. Ey. Sowas Dummes. Was war denn? Ich hocke halt vor der Tür. In der Hocke. Mach ein Allshat an. Yo, wenn du reinkommst, baller ich dir... Und in dem Moment sterbe ich. Und er steht leicht auf dem Hügel hinter mir, sodass er durchs Fenster mir in den Arsch geballert hat. Ja. Und dann sagt er so, yo, motherfucker. Oder so. Alter, ich kann nicht mehr. Yo, Mann, Nigger. Weiß gar nicht, was er gesagt hat. Irgendwas mit Fucker oder Motherfucker. Normal, ne? Wenn du englisch was redest, online. Dann immer. Immer was mit Fucker. Immer der guthalte Motherfucker. Ja. Ach. So schlecht, ey. Alter, das war locker bisher der lustigste Moment, den ich in diesem Game hatte, ey. Schade, der Typ, der mich vorhin umgebracht hat, der hat irgendwas gesagt. Ich hab's nicht verstanden. dafür waren die Schüsse in meiner Fresse zu laut. Kim, 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 Kim. Ähm, gleich, wenn wir fertig sind, schreibe nur mal dem EA-Typen, ne? Jo. Bin im Problem. Aber ist, ist ein neuer, ne? Weißt du? Ja. Das war grad so dun. Hä? Meldest du mal an? Ich hab angemeldet. Sind nur noch neun in der Warteschlange. Bin ich in der Queue? Oh. Okay, nochmal neuer Melden. Danke. Ne, lad. Ja, jetzt. Jetzt geht's. Ich war wahrscheinlich noch nicht aus dem Game raus. Ja, genau. Aber ich konnte dann gar nicht. Naja. Dass du mir auch keine Meldung ausspuckt. Sowas wie, ja, ey. Der Mate ist sich mit in der, in der Warteschlange. Ja, ne? Keine Ahnung. Echt nice. Bist dann einfach alleine. Richtig geil programmiertes Game, Leute. Aber es ist kein Flame. Ist ja nicht so, ist ja nicht so, als wenn da kein, also, als wenn die kein Geld zurückbekommen würden. Ist ja nicht so, dass der Publisher Sony ist. Ja, ey. Ne? Alter. Beim Hypen diese Spiele ja fast immer. Und guck mal, wie viele da immer spielen. Also, du kannst mir nicht erklären, dass es damit zusammenhängt, dass sie ja eben, dass sie kein Geld dadurch machen. Das Spiel kostet Geld und dann gibt's auch Crates und so. What the fuck? Das ist eh das Beste. Wenn ein Spiel Geld kostet, und du dann noch in-game Sachen kaufen kannst. Unabhängig davon, ob es, äh, customised Zeug ist oder nicht. Wenn du ein Spiel, äh, keine Ahnung. Ja, verstehe auch nicht. Dann sollen sie es free to play machen. Ich überlege gerade, kenne ich ein Spiel, wo man Festpreis bezahlt und trotzdem, es noch ein in-game Itemshop gibt. unabhängig davon, ob customised oder ähm, definiere online, also, ähm, definiere Shop. Bei Rocket League gibt's das ja auch. Stimmt. Kisten für Skins, äh, Schlüsse für Kisten, Skins. Stimmt, Rocket League. Aber, das Game funktioniert wenigstens. Ja, schon, ja. Du, du bringst das doch seit Uhrzeit, ne? Seit Release oder so, oder? Ja, Spitz auch Ranked? Äh, ja, hatte ich eine Zeit, also ich war in der Zeit echt aktiv, aber in letzter Zeit, also, in den letzten paar Monaten gar nicht mehr. Was waren deine höchsten E-Lots? Ich bring's auch gar nicht mehr. ich seh das doch an der Woche. Äh, aber das hat keinen Wert, diese Aussage, weil das ganze Ranked-System jetzt verändert wurde und es viel einfacher ist. Viel einfacher als früher, da ranzukommen. Ähm, okay. Aber du kriegst das schon hin mit den Fliegen und so. Ja, klar, Fliegen, ja. Ich spiel auch mit Tastatur, was eigentlich scheiße ist, aber fliegen kann ich ja. Ist auch gar nicht so schwer. Ja, ich krieg das auch sogar ein bisschen hin. Aber, nur so ein bisschen. Man muss halt einfach die Eier haben. Okay, ähm, Scheiße, hier ist ja nichts. Ach doch, wir sind ja genau drüber. Siehst du mich? Ja, eben. Okay. Ja, ich geh gerade hier in das, wo wir gerade auch schon waren. Ja, Rondell hier, ne? Bis dahin. Ähm, ich geh aber eher Richtung Hauptstraße. Okay, okay. Will ich hin? Mitten bei den Vieren, die man da sieht. Ja, lande da jetzt. Bin, oh, perfekt. Oh, ist das schön. Ich bin auf dem Dach, das war geil. Ah ja, du bist auf dem, ja geil, wir sind genau im selben Haus. Ja, hier, zu drüben. Ich hab einen Revolver. Nice. Hast du irgendwie Leute gesehen, die hier landen in der Nähe? Nee, gar nicht, gar nicht. Hier ist eine Piste. Okay, es wird schon geschossen. Ah ja. Hier oben ist ein Rucksack. Ich geh mal nach oben. Hier oben ist ein Rucksack. Hallo. Hier, hier nicht. Achso. Hier oben ist ein Rucksack, hier nicht. Okay, ich nehm mir die kleine Pistole mit. Ja, ich guck mal ganz kurz, ob ich jemanden sehe. Lass uns von den Schüssen. Ja, nee, aber wenn ich von oben reinballere, dann reinne ich erst gar nicht, wo ich bin. Kommst du zu mir? Ich glaube, das sollten wir mehr nutzen. Was denn? Ja, dass wenn wir jetzt gerade ganz am Anfang in einem Haus sind, dass wir dann direkt mal gucken, dass wir von oben vielleicht den einen oder anderen versuchen abzubauen. aus der Bude. Wenn wir richtige Waffen haben. Ich glaube, wenn wir Pistolen haben. ein Revoltor ist ja auch schon krass. Das sagst du mir seit 38 Parts, aber ich hab noch nichts erlebt. Du musst doch mal liefern. So, hier ist offiziell nichts drin. Nice. Liefer doch. Nächstes Haus. Liefer ich nicht? Hallo? Da geht's nicht lang. EG. Ja. Nächste Etage, gab's da was? Nein, nein, nein. Nein, stopp. Scheiße. Scheiß, Bruder. Hatten die kein Geld? Oh, oh, oh. Hier rein. Ja. Da läuft er rum. Wir müssen halt jetzt vorsichtiger werden. Ja. Ah, ja, ne AK. Nice. Gönn dir. Die gönn ich mir. Auf der Straße, ich glaube. Oh, das klingt sehr nah. Ja. Ja, genau, geradeaus. Warte mal. Ja, der ist dahinter. Ja, wollen wir versuchen, die zu... Auf jeden Fall. Ja, ja, wäre ich für. Ähm, die Richtung ist eindeutig. Ja, wenn wir sie... Wir sollten uns auch allgemein umgucken. Ja. Wir versuchen, sich zu überraschen. Gerade dahinter mit... Boah, Alter, ist das nah. Der ist hinter dem Haus. Wir müssen aber... Ja, komm, das durchs Haus gehen, oder? Komm, geradeaus und dann durchs Haus. Okay, okay, okay. Zugriff, Zugriff. So, so. Ich glaube, der ist noch ein bisschen weiter weg. Ich glaube, der ist sogar drin. Hä? Nee, der ist noch weiter weg. Du denkst immer, das wäre näher, aber ist es nicht. Das ist ein M. Nice. Ja, pass auf. Noch haben wir ein Haus mehr. Ich meine, solange ich noch keine Waffe habe, sind wir schwächer. Achso, du hast doch. Achso. Nein, nein, nein. Ich habe eine AR. Geil. Okay. Jetzt können wir ran, Junge. Ran an den Spektrum. Ich habe auch Granaten. Ah. Da ist... Alter, ich sehe gerade niemanden. Ich glaube, die sind da oben auf dem Hügel halt. Ja, das wäre dumm. Also, wenn wir da jetzt reinrennen würden. Meinst du? Wo ist denn die Safe Zone? Bei uns. Ach, geil. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Hä? Was war der Wind? Das Ding ist... Das war der Wind. Das Süden. Sollen wir da jetzt hin? Also, es kann halt sein, dass da gerade fünf Leute gestorben sind, da jetzt nur noch einer rumgammelt. Ja, also ich finde, wir sollten auf jeden Fall weiter looten. Oh, ich höre ein Auto. Jetzt höre ich ein Auto. Ja. Da ist es. Da ist es. Nehmen wir her. Lass hinterher. Lass hinterher. Der rennt nicht... Ne, ne, ne. Der fährt von der Safe Zone weg. Ich habe noch einen anderen gesehen, glaube ich. Der kommt 100 pro wieder, weil er von der Safe Zone... Warte, warte, warte. Da hinter der Bomber war, glaube ich, einer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber da kommen wir eh nicht durch. Hier ist nichts zum drüber springen. Wir müssen nach links. Ja, okay. Ich kann an, ob das gerade Hallos waren oder ob der da echt abgammelt. Der ist hier zum Haus gefahren. Der ist hier direkt. Ach so. Ich glaube nicht, dass der durchgefahren ist. Oh, ne Granat. Ne, doch nicht. Scheiße. Oh. Was war das da gerade? Was bist du? Äh, hier ist die Tür offen, ne? Ja. Ich bin in der zweiten Etage. Von hier aus können wir, glaube ich, auch gut rein aimen. Ich höre mich hier mal um. Das ist ein guter Punkt. Eigentlich schon, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie es da... Ja, okay. Wir sind gerade am Rande der... Wir müssen weiter. Ich dachte jetzt nur, weil hier vielleicht... Vielleicht war der im Polizeiauto echt der letzte hier und ist jetzt abgehauen. Ich würde sagen, wir durchsuchen weiter die Siedlung hier. Ja, ja. Gucken wir, ob wir ein Auto finden. Wo geht es denn runter? Scheiße. Okay, ein Auto werden wir wohl nicht mehr finden. Na ja, guck mal, wenn hier jetzt alle tot sind aus der Air. Komm, wir durchsuchen erstmal weiter Häuser. Okay. Scheint ja relativ safe jetzt zu sein. Ja, sag das mal nicht zu laut. Ah, ein Helm. Du hast einen, ne? Äh, nee. Achso. Ja, dann komm mal her. Einen Rucksack hast du, ne? Ja. Ja, okay. Nice, danke. Okay. Müssen wir uns zerrissen. Ich hab'n Militär. Ah, ne HE-Granate. Nice. Ich hab' auch, äh... Ne Piste? Schlittergranate. Ja. Okay, ähm... Wollen wir nach Süden? Ja. Okay. Dann, äh, lauf vor. Ich hab' nochmal kurz umgeguckt. Ja. Ah, ein Quad. Echt? Nice, ja. Ich hab'n Quad. Komm mal mit. Darf ich fahren? Richtig. Lol. Darf ich fahren? Ja, wie krass ist das denn versteckt? Lol, ist ja richtig versteckt. Ne, oder? Ernsthaft? Ach komm, echt jetzt. Warte, die müssen hier doch irgendwo sein. Der nehm ich alles mit. Die müssen hier irgendwo sein. Ich hab' Benzin mitgenommen. Ja, die müssen doch hier sein. Ne, ich glaube, das ist einfach random, ob da ne Schlüsse drin ist oder nicht. Wenn hinter keiner drin ist, dann hast du Pech. Haben die dir nicht mal geschrieben, dass man sucht sein? Warum sollte das in der Niel sein? Ja, aber wo denn? Ich hab' noch nie nen Schlüsse irgendwo rumliegen sehen. Noch nie. Ja, weil's vielleicht ganz, ganz klein ist. Hm. Könnt' sein, ja. Hier, in dem Haus war auch noch keiner. Nice. Ah, er? Hast du schon ne Waffe? Ja, klar. Achso, ja, dann nehm ich die Muni hier. Ja, nehm mit. Noch nen Helm. Hier oben ist noch ne Schrot. Okay, jetzt sollten wir vielleicht langsam. Also, wir müssen nicht schätzen, aber... Oh, ne Schrotflinte. Ja, ich auch. Okay. Gut. Ja, jetzt hab' ich meine, meinen Reverber mitgenommen. Äh, weggepackt. Den legendären. Ne HE-Granate. Zwei Stück. Den legendären. Haben die da gerade hingelegt? Ja. Oh, ich hab' ein Auto. Oh, ein Auto. Zwei Stück, die verfolgen sich. Oder die Team. Siehst du, wo die hinfahren? Ja, ich seh' sie. Ich seh' sie. Ich weiß, wo sie sind. Wollen wir da hin? Ich seh' sie immer noch. Die haben nicht aufeinander geschossen. Ich glaub, die sind gerade... Haben die gerade angehalten? Ah, es können auch zwei Dudes mit zwei Autos gewesen sein. Ja. Achso, hier lang. Ich glaub, die fahren halt einfach Richtung Zentrum. Ja. Die sind einfach zu zweit mit dem Auto los. Die Unterpro sind die gerade zurückgekommen, weißt du? Der eine Dude, der... Die wissen, wo die spawnen sind. Die hat ein Auto. Fahren zum zweiten Spawn. Äh, zu einem Spawn, wo sie wissen, wo Autos sind. Ja. Können sollen. Ja. Noch weiter looten? Was meinst du? Ja. Westen oder so craften? Ja, also... Ich hätt' ja echt gern mal so'n explosiven Fall. Ja, weißt du, wie man die macht? Ja, steht ja dran. Ach ja, stimmt. Oder machst du's doch? Flammenfall, was fehlt mir denn? Äh, Molotow-Cocktail und ein Klebeband. Klebeband hab ich. Ja, nur noch Molotow. Der ist echt schnell gemacht. Aber... Ja, wahrscheinlich ist es so, wenn du einen triffst, dann... ...dottet der wahrscheinlich nicht. Ich glaube sogar, das ist ein Instant Kill. Ja, oder... Also, ich habe gern, dass das einfach unfassbar krank ist, der Schaden. Ja, ja. Vielleicht auf Dauer. Und weil er sich nicht vielleicht heilen kann, oder? Ja, ist hier ein Sneaker? Geil. Ich habe schon welche. Oh, wir werden auch noch... Hier ist ein Militärrucksack. Ich habe einen. Oh, geil. Oh, hier ist auch noch was. Ah. Rucksack. Ja, nimm mir den Militärrucksack, wo ich draufstehe. Ach, das ist ein Militär... Ach so. Blauer Militärrucksack. Okay, Gürtel-Tasche. Ich zerreiß mal alles. Aber diese Sounds, ne? Der Wind, oder was? Ich weiß nicht, was das war. Ähm, bewegen. Das ist mit dem... Ja. Ja. Ach, stimmt. Ich craft noch ein bisschen. Ja. Ah, hast du die gelben? Ja, habe ich. Ja? Ja. Auch von den... Auch von den vier. Nimm einfach. Da. Nice. Damit kann ich mir die Armor machen. Ach so. Geil. Nice. Danke dir. Dann mache ich mir mal so eine Blutgerinnungsscheiße. Die... Die Creme, meinst du? Ja. Ja, und dann lass uns weitergehen. Da hinten gibt es eine Kirche, glaube ich. Wenn ich da richtig... Wir können ja vorher nochmal das Camp absuchen. Aber was ist denn jetzt besser? Ja, eigentlich ja die Creme, ne? Ja, weil die halt instant die Blutdruck stoppt. Und heilt, glaube ich. Ich habe eine Gasgranate. Ach lol. Ja, habe ich auch noch nie. Sicher, das ist nicht eine Rauchgranate? Ne, ne. Eine Gasgranate. Sieht aus wie eine HE-Granate. Okay. Da was? Nee. Nee. Versehen. Nehme, glaube ich. Haha. Okay. Lass uns weiter. Nachts. Folge dir. Okay. There should be some church. Wir haben, äh, oder wir sind schon auf Platz 20 oder so. Ist noch nicht viel passiert. Ja. Boah, Stämme haben viele. Nur viel beobachtet. Ja. Boah, hier links ist noch ein Camp. Oh ja, das sieht gut aus. Von den Autos. Ja, aber ich glaube, da gibt es keine Autos. Wir müssen uns... Also so in diesen Siedlungen von eben, da gibt es immer Autos. Ja, aber hier gibt es Quads. Öfter. Das Gefühl. Ich müsste echt mal wissen, wie die Sporen sind. Oder ob es welche gibt. Oder ob es so Spawnpunkte gibt, bei denen eine Wahrscheinlichkeit ist, dass, äh, Fahrzeuge spawnen. Irgendein System muss es ja haben. Ja, äh. Das wäre ich mal interessant. Oh, ein Helm. Toll. Ja, jetzt müssen wir halt echt nach Süden weiter. Ja, Sekunde, ich zerstöre noch ein bisschen was. Ich sehe es gerade. Okay. I see the gas. Ja. I'm coming home. Boah, Alter, was? Das Gas ist ja schon fast da. Ja, ja, wir sind ja am Rand. Und 34 Leute nur noch, hä? Ja, irgendwie sterben richtig schnell alle. Ja, wir sind jetzt gleich, ja. Ja, und dann war es. Wir stimmen jetzt gleich. Irgendwie, die Runde kommt mir echt nicht lang vor. Und die Leute sterben wie die Fliegen. Ja, wir jetzt auch. Wir sind die Nächsten. Puchtjoghurt hat's jetzt auch erwischt. Scheiße. Nein. Das hab ich geliebt, weil mit Erdbeeren. Puchtjoghurt. Wer kann den denn los? Ich mochte das nie. Oder? Nee. Okay, ich hab's gefunden. Pürchen. Du hast es. Immer schön umgucken, ne? Toll machst du das. Ja. Ja. Vielen Dank. Den, den Pläne drei hat. Ohne Autos wäre ich zu gefütet. Ja. Ein Gegner irgendwie und wir sind tot. Oh, das ist der Friedhof. Nur taurig. Also, die muss ja wer sein. Nö. Also. Die sind ja immer noch am Rand, quasi. Ach so. Aber es kann sein, dass Leute sich in der Kirche... Aber, selbst wenn sich da welche verschanzt haben, müssen sie jetzt eigentlich schon weitergezogen sein, um sich neu zu positionieren. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich geh rein. Ach so. Okay. Ich guck grad hier bei den Autos, ob da irgendwas ist. Sollen wir da erstmal eine Granate reinwerfen? Thema. Ich hab drei Stück oder vier Stück. Die Tür ist zu. Ja gut, dann. Ich mach auf und du schmeißt einfach mal rein. Warte, warte, warte. Warte. Aber nicht gedrückt halten, ne? Nicht gedrückt halten. Ja, ich weiß, ich weiß. Existiert ja nicht. Are you ready? Ja, mach. Leute, Gasgranate. Ja, ja. Ja, 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 ja. Leute. Hier war halt echt noch keiner drin. Das ist echt so eine richtige Gasgranate. Ich wette, das ist ein richtig selten und du hast sie jetzt einfach... Ja. ...einfach verbüllert. Ja. Vor allem, jetzt können wir da nicht hin, um den Loot einzusammeln. Aber wenn hier noch keiner drin war, vielleicht gibt's hier noch ein Auto. Aber wenn da einer drin gewesen wäre, wäre das eine geile Taktik. Ja, die ist ein bisschen weit geprallt, finde ich. Ja, ist weg, ist weg. Okay. Liegt irgendwas Tolles? Wir müssen echt... Ja, Klebeband. Wir müssen weiter. Und ein Helm. Wir müssen weiter. Wir müssen gar nichts. Doch, Mann. Waschloch. Wir müssen wirklich weiter. Noch eine Granate. Nice. Schwöre, Digga. Eine Gasgranate. Hey. Ja. Respawn. Geil, ja. Danke, Obama. Komm mal. Oh, Leute, eine Schutzweste. Oh. Kann ich dir geben. Geil. Wäre nice. Ja, beziehungsweise... Wo bist du noch? Gib mir lieber deine provisorische. Ja, die habe ich jetzt eh auch irgendwie automatisch ausgezogen. Oh. Liegt hier. Scheiße. Hä, wo denn? Da, wo du stehst. Bin ich behindert? Bist du behindert? Hä, hier. Bei mir. Hier ist nichts bei mir. Nee, da liegt bei mir nichts. Ach, da drin im Beutel. Ja, geil. War in der Textur bei mir. Ach so, der Beutel war in der Textur. Na. Okay, also ich weiß nicht, ob du das Gast hießt, aber wir müssen weiter. Ja. Gassig. Scheiße. Und zwar nach hier. Ist das... Vom offener Straße. Können wir mal bitte ein bisschen abseits laufen? Ja, wir rennen jetzt nach Süd-Ost. Das ist genau richtig. Geil. Alter, wie wir einfach vom Gas halt wirklich weg. Geh, geh. Oh Gott, wir müssen... Okay, noch muss das nicht. Nee, nee. Eigentlich reicht es. Ach so, zwei Minuten noch, ja. Geil. Ich wette, die sind da um auf den Bergen. Ich hab jetzt... Ich weiß nicht, ob du einen Cam-Mem-Sniper gesehen hast, aber ich nicht. Nee, aber die Leute snipen mit ihrer AR. Ja, gut. Null. Hä? Ich hab mich gerade... ...so zehn... Teleportiert? Ja, ja, ja. Ich hab Lex. Nice. Besser geht nicht. Ja, wer schießt denn da? Boah, da sind... Da müssen doch welche sein, oder? Da ist ein Polizeiauto. Okay, dann sneak schon mal ein bisschen. Auf den Berg. Siehst du das? Genau, wo ich hinguck. Warte, wo guckst du denn? Da ragt ganz knapp ein Polizeiauto. Über den Berg. Nee, weiter links. Weiter links. Ach, da. Ah, ja. Wollen wir da hin? Ah, lol. Ja, wenn du sterben willst, dann ja. Wollen wir sterben? Okay, dann nicht. Aber vielleicht sind hier auch welche. Komm jetzt mit. Ich komm. Hey, wie nützlich das ist. Mit dem, mit dem Luki, Luki. Ja, ja. Luki, Luki ist immer gut. Ja, da ist halt keiner. Ich seh da keinen. Ja, weil deine Range nicht so weit geht. Nee, nee. Spieler sieht man unendlich weit. Nein. Spieler ist nicht Range betreffend. Hä? Das hatten wir doch erst letztens gebastet. Nein, das war irgendwie... Da, wo wir von ganz, ganz weit weg jemanden geschnippt haben. Mit dem Revolver. Da, ich seh einen. Ich seh ja. Zwei seh ich. Ja. Ja, und sie sind gerade verschwunden. Man sieht sie nicht mehr. Nee, guck mal. Siehst du das Auto fahren? Siehst du das Auto fahren? Ja, ja. Und pass auf, jetzt rechts vom Auto waren die. Da, wo er gerade hin fährt. Und sie sind mittendrin einfach weggekloppt. Eber, ich hab mal einen Stream geguckt. Und da haben... Oh Gott, hinterher. Du bist angeballert. Du bist angeballert. Ja, lass hinterm Berg. Hinterm Berg. Nein, von da kommen die Schüsse. Nein, nein, kommen sie nicht. Echt? Die kamen von hinten. Ja, ja. Wollen wir uns im Camp verbunkern? Die kamen einfach von dem Gas aus. Doch, doch, wir müssen ins Camp. Also, wir sind sonst richtig... Ja, aber wir müssen... ...emzingelt. Ja, wir haben kein Auto. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen... Lassen wir hier rein. Und dann warten, bis der Typ kommt, der uns gerade angeballert hat. Sind hier noch Fässer, die explodieren können? Geh mal weg. Ja, ja. Geh mal weg von den Fässern. Ja, ich mach die kurz weg. Ja, hier sind aber ein paar viele, ne? Der zieht echt immer seitlich, das AR. Oh Gott, da ist noch einer. Ja, ich seh's. Mach. Okay. Da oben ist einer, da oben ist einer. Von hinten, genau. Ich seh ihn nicht. Ich treffe ihn so nicht. Ich seh ihn nicht. Scheiße. Ist er weiter weg? Er ist oben auf unserem Berg. Auf unserem Berg? Ja, das sag ich ja, war von hinten. So. Und jetzt kam da scheinbar noch einer. Und hat ihn weggefrackt. Hat ihn weggekillt? Jo. Ja. Kommst du rein? Vielleicht. Ja, nee. Ja. Klingt ja nichts. Okay. Da kommt ein Auto. Nee, doch nicht. Es fährt weg. Gott. Es fährt weg. Ich guck gerade nur, dass ich den Typen da oben wie man sehe. Vielleicht wurde er auch weggekissen. Ja, aber dann ist da trotzdem einer. Ist ja egal. Ja, eigentlich. Eigentlich schon. Bleib auf jeden Fall nicht stehen. Oder komm halt rein. Ja, mal nicht. Ich stehe hinter und bewege mich. Ich gucke gerade da, wo wir herkamen hin. Benutze das Fernglas, ne? Waffe bringt dir eh gerade nichts. Nee, nee. Ich brauch das Fernglas nicht. Ah, da. Er fährt rechts den Berg runter, wo wir drauf fahren. Achso, da sehe ich gerade. Okay. Okay, jetzt ist er unten drunter. Warte. Ich habe halt keine Range-Waffe, ne? Rechts von dir. Hier müsste er, wenn dann hochkommen. Achso. Nee. Das ist quasi hinter dieser Anhöhe, wo wir gerade drauf kommen. Achso. Da rechts unten, siehst du? Ja, ja, gehen. Wollen wir... Scheiße, wir sind ja schon genötigt. Jetzt müssen wir raus. Wir müssen da hin. Komm, lass gehen. Lass am Fluss entlang. Guck doch mal, wo das Gas ist. Folgt mir, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Wird schon, dass das Gas neben uns ist? So einen Meter? Ich habe einen Plan. Trust me. Okay. Du weißt aber trotzdem schon, dass das Gas neben uns ist. Ja, ja, ja. Alles cool. Ja, ja. Alles cool. Ich habe einen Plan. Achso, das Gas tritt aber jetzt in drei Minuten wieder ein. Genau, genau, genau. So. Wir gehen am Fluss entlang. Ja. Ist jetzt nicht super safe, aber immer noch besser, als hier einfach so durch die Pampa zu rennen. Weil mit dem Fluss kommen wir ins Zentrum. Und wenn du guckst, nah am Zentrum ist so eine Hütte. Ich glaube, da bleiben wir erstmal. Ja, wenn da nicht schon wer anders ist. Ja, wir gehen da in die... In die... In die Camperwagen. Na, es sind nur noch 16. Oh. Gar nicht mehr so viele. Boah, ich würde da links echt gerne rein gerade. Nein, nein, nein. Da, wo der Camper steht. Bummi. Ich drehe mich gerade auch so ein bisschen noch um zwischendurch. Nicht, dass irgendwie ein Auto von der Seite kommt und uns umfährt. Okay, ich habe einen Spot für uns. Boah, da sind bestimmt... Da hinten fährt einer. Rechts fährt einer. Hinlegen. Oder? Nein, 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 nein. Okay, hier in den Campingwagen. Hier in den Campingwagen. Hier in den Campingwagen. Ja, er kommt, er kommt, er kommt. In den Campingwagen. Granaten, Granaten. Ja, habe ich, habe ich, habe ich und mache ich. Eine Weste, eine Weste. Heb die Weste. Ah, nee, du hast da eine. Ich könnte Granate reinwerfen, ne? Warte. Kannst du durch... Nee, durchs Fenster kannst du nicht werfen. Warte. Ich glaube... Ich werfe einfach. Nein, 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 nein. Er ist so weit weg. Er fährt wieder zurück. Achso, ich habe ihn nicht gesehen. Warte, der müsste von rechts... Ich nehme mal die AR hier. Ich werfe meine Shotgun mal weg. Die ist, glaube ich, jetzt im Endgame ein bisschen scheiße. Ah, die bekämpfen sich, glaube ich. Ah, hier sind zwei Autos. Ach, lol. Zwei Polizeiautos. Drei Polizeiautos. Ja. Drei Polizeiautos. Die bekämpfen sich am Berg. Wir bleiben einfach hier. Ja. Wir versuchen jetzt mal wirklich, Letzter zu werden, oder? Okay. Oh, fuck. Wir müssen eventuell moven. Oh, lol. Ich habe jetzt auch zwei Schutzwesten. Die machen sich komplett messbar. Alter, ja. Ja, die sind da. Du solltest schon gucken, wo sie sind. Wenn du jetzt bei mir rausguckst... Ja, ich habe ein bisschen Angst. Achso, ja. Wenn du bei mir rausguckst... Nee, die sehen dich ja nicht. Da das Haus vor uns. Wo rechts... Wo ich hingucke. Warte mal, ich gucke gerade. Ich habe gerade auch noch von der Seite was gehört. Ja, aber da, wo ich hingucke... Ja, da ist auch was da geradeaus, wo ich hingucke. Definitiv. Da ist die ganze Party, oder wo meinst du? Gerade, ja, wo ich hingucke. Das Haus, wo rechts... Siehst du ihn? Er rennt jetzt... Da rechts wird das Auto. Ach, da ganz rechts. Oh. Warte, bleib, bleib. Ja, lol. Beweg dich nicht, beweg dich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die haben uns nicht gesehen, oder? Ich denke, die wissen, wo wir sind. Nein, nein, die verfolgen einander. Ich würde da echt gerne eine Granate reinwerfen, aber... Die verfolgen einander. Okay, ich habe drei Granate... Vier Granaten, ne? Okay, warte. Sieh, 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 sieh. Sieh, 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 auf unserer Rückseite. Ja, okay. Geduckt bleiben, geduckt bleiben, geduckt bleiben. Okay. Geduckt bleiben, hier kommt noch einer lang. Achtung, ruhig bleiben. Ja. Sehr schön, okay. Okay, wir können halt reinballern, aber dann wisst ihr, wo wir sind. Ich glaube, wir müssen uns bewegen, weil ich... Wenn sie jetzt gleich aussteigen, dann können wir richtig schön reinballern. Ja, warte. Nee, ich glaube, das Gas kann uns nicht. Oh, das ist so... Wenn er jetzt stehen bleibt, greift wir... Oh, Granaten, Alter, das wäre so nice, aber er kann halt ins Erhaus fahren. Oh, jetzt bleiben sie stehen. Wirf da Granaten rein. Soll ich? Ich würde, glaube... Oder? Ich mach. Die gehören zueinander. Ja, mach einfach... Ich mach. Wieder rein, wieder rein, wieder rein, wieder rein. Ich werfe gar noch mehr. Ich hab doch zehn Stück... Wieder rein, wieder rein, wieder rein. Oh Gott. Mach zu. Hast du was getroffen? Einmal peripher zumindest. Hier, wieder in die Hocke, wieder in die Hocke. Hol die Waffe raus. Bin ich doch. Die sind halt zwei, die in einem Team sind mit zwei Karren. Ja, ja, mit zwei Autos. Das ist richtig krass, aber das... Aber das heißt, sie können auch nicht schießen, wenn sie fahren, ne? Ja. Oben ist auch noch einer auf dem Berg. Mit einem Auto. Ach, das sind die wahrscheinlich. Das sind die beiden. Ich seh da zwei Leute. Ja, oder drei sogar jetzt. Es sind nur noch elf Spieler verbleiben. Die sehen uns nicht. Alter, wie die alle ein Auto haben. Ja, ja, klar. Die Dricking... Ach, der wird... Guck mal, aber alle... Der ist auch einzeln. Jetzt fahren die vor dem Weg. Wie sieht's denn mit dem... Wir müssen raus. Wir müssen sofort raus. Wir müssen sofort raus. Ne, warte, chill. Behalt die Nerven. Wir könnten jetzt nach Süden. Weil die hinter die Kuppel... Ja, komm, komm. Wir müssen nicht raus. Bleib da, bleib da, bleib da. Gas tritt erst in drei Minuten. Komm her, komm her, komm her. Wir müssen eh moving. Wir müssen moving. Wir müssen nach... Auf lange Sicht müssen wir nach Südosten. Wo bist du denn jetzt? Alter, Jude. Der Wagen ist bei mir. Jude, du musst... Du musst gucken, wo ich bin. Ja, der Wagen ist jetzt gleich bei mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht... Okay, okay. Ich bin in Sicherheit. Ja, ja, ja. Denk dran, lieber safe spielen, ne? Ja, ja. Wir wollen leben. Bist du bei mir? Ja, ich bin neben dir. Da ist keiner. Alles gut? In's Haus, in's Haus, in's Haus. Okay, okay. Okay, ja, nice, okay. In das. Ja. Nee, ja, genau, in das. Tür zu. In die Hocke. Ey, ich pack mich so zurück. Oh, ich hab ein Auto. Oh ja, ja, das ist sehr nah. Ich hab noch eine Granate, ne? Oh ja, es ist... Das ist noch ein neues. Wir müssen halt in die Richtung auch. Das Gas kommt bald. Ja, ne Minute. Wie viel Schuss hast du noch? Oh, wir können auf ihn stießen. 60, mindestens. Komm mal zu mir, komm mal zu mir. Ja. Siehst du ihn? Ah ja. Okay. Ich treff ihn nicht. Ich hab ihn getroffen. Zweimal. Ich hab ihn. Er ist tot. Ich hab ihn auch einmal. Headshot. Nice. Wollen wir sein Auto holen? Die sind doch alle einzelnen in Autos. Die können uns nicht angreifen. Die können uns nur überfahren. Okay, okay. Nur? Ach. Er steigt aus. Schieß drauf. Ich hab ein bisschen Schaden bekommen, aber ich glaube nicht durch ihn, sondern durch... Wieder ins Haus, wieder ins Haus, wieder ins Haus, wieder ins Haus. Okay, okay, okay. Ich bin viel zu weit nach vorne gelaufen. Ich dachte, du willst durch. Okay. Ja, ich werd angeballt, aber ich hab keinen Schaden bekommen. Alles gut. Ich hab nur einen Damage bekommen. Ich hab mich aber trotzdem jetzt. Ist mir egal. Ich hab eh genug. Nice. Neun verbleiben immer noch. Lieg lieber, ne? Wenn du kannst, dann... Ja. Okay, ich seh schon zur Seite. Okay, ich seh zwei Autos. Ich seh nur eins. Du darfst aber nicht unterschätzen, dass von anderen Seiten auch noch eins kommen kann. Okay. Wir sollten für das Auto gehen. Wir sollten rausgehen. Wir sollten jetzt sofort... Guck mal, wo... Oh Gott, guck mal, wie klein der Radius ist. Wir müssen raus. Ja, wir müssen zum Auto. Wir müssen jetzt sofort raus. Das ist jetzt Final Round, glaube ich. Ja, ja, ja. Wir stören jetzt das Auto. Wenn uns dabei entgegenkommt, erschießen wir ihn. Ja. Die verstecken sich wahrscheinlich hinter den Steinen, oben auf der Anhöhe. Ja. Aber jetzt können sie uns schon nicht mal abschießen. Aber behalt die Anhöhe im Auge. Okay. Wenn einer kommt, musst du mir sofort sagen, ob rechts oder links von dem Auto. Okay. Hast du eine AK? Ja. Dann fahr ich. Soll ich mit der AK schießen? Ja. Mit der AK ist, glaube ich, besser aus dem Auto. Okay, fahr, 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 fahr. Schlüssel, wo ist seine Leiche? Als ob... Hier, 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 hier. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein. Ich hab's. Okay, okay. Nein, nein, nein. Dann fahr, 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 fahr. Ich bin drin. Oh Gott. Aber der Wagen ist doch fast kaputt. Pack das Öl. Und also... Ey, das Gas. Ach du Scheiße. Da links ist noch ein Loot. Links sind zwei Polizeiautos. Fahr einfach nur. Ach du Heilige. Links. Er steckt aus. Er steckt aus. Kannst du einzelne Schüsse auf ihn schicken? Nee, ich... Das sind beide. Das sind beide, ne? Geht auch gar nicht von der Höhe. Das ist das Team. Das heißt, die können nicht aus Autos schießen. Das heißt, wir können versuchen, deren... Wie viel Schuss hast du mit der AK? 60. Ich hab allgemein genug Schuss. Nee, das ist nicht so viel. Ja, aber ich hab auch noch eine R. Wir müssen eher zu den Gebäuden. Glaube ich. Ja, alles gut. Das macht keinen Schaden. Wenn wir eher zu... Okay. Ich... Nee, nee. Wer zuerst die Gebäude hat, ist, glaube ich, echt besser dran. Ich könnte ihn jetzt abballern, den einen. Wir gehen auf den, der vor uns ist. Okay? Okay. Und go. Okay. Okay, und go. Chill, chill. In den Camper hier. In den Camper. Bei mir. Bei mir rein. Ja, ja, ja. Okay, okay. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich hab noch ne Granate. Was... Oh Gott. Achso, das warst du. Ich seh ihn nicht. Er ist hinterm Stein. Oh, scheiße. Er ist hinterm Stein. Da links auf der Anhöhe. Achso, da. Ja, ich weiß, wo man... Liegst du ihn? Sehen tue ich ihn nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ich seh den Stein. Doch, ich glaub, ich seh ihn. Ja, ist das ein... Ja, das war sein Kopf. Okay. Hab ihn gesehen. Kannst du... Hast du noch Granaten? Ja. Hab ich. Meinst du, du schaffst es bis zum Stein? Zwei Gasgranaten hab ich aber nur. Nee, du schaffst es nicht bis zum Stein. Nee, bis zum Stein geht nicht. Hast du gesehen, wo sein zweiter Boy ist? Nee. Boah, Alter, was... Äh? Wir müssen... Wir müssen weg. Das Gas kommt jetzt gleich, oder? Guck mal, wie lange er schon ist. Ich seh ihn, ich seh ihn. Er moved am Stein. Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn. Aber da reinzuballern bringt halt nichts, ne? Okay, er fährt weg. Beide fahren weg. Ja. Wir steigen schnell in unser Auto und fahren weg. Okay, okay. Wo ist es? Wo ist das Auto? Lol. Hä? Das Gas kommt. Wir müssen zum Berg hoch. Oh, Gott. Wir müssen zum Berg hoch. Wir müssen jetzt kämpfen. Wo ist unser Auto? Bitte. Komm mit. Wir müssen jetzt kämpfen. Hinter dem Baum und wir schießen. Scheiße. Ja, ich werd angeballert. Er schießt schon auf mich. Ich hab Schaden bekommen. Ein bisschen. Ich seh sie nicht. Ich auch nicht. Aber ich hab Schaden... Äh, vor dir als irgendwo. Ich seh ihn. Vor dir direkt. Ich baller die Granaten rein. Scheiße. Ich hab... Er hat dich getroffen als ihn. Direkt neben dir. Er sieht mich nicht. Ich komm von der Seite. Ja. Flankier sie. Ich werde sterben vielleicht. Nein, nein, nein. Ich hab ihn einmal getroffen. Nochmal. Oh, fuck. Er ist fast tot. Er hat 20 Leben. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Er ist dir gegenüber. Er hat 20 Leben. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Scheiße. Warte, der hat noch ein Mate. Ich weiß. Heil dich erstmal. Heil dich. Achso, stimmt. Scheiße. Leg dich hin. Z. Z. Entspannen. Z. Und heilen. Ja. Ich hab keine Verbände mehr. Komm zu mir. Zu meiner Leiche. Oder seine Leiche. Okay, er hat 30 Verbände. Hat er Medikit? Er hat... Er hat alles. Sobald du was hast, solltest du vor dir ins hohe Gras. Solltest dich ins... Das Gas kommt. Das Gas kommt. Es backt voll rum. Es backt voll rum. Scheiße. Ich hab ein... Ne, ich hab... Nimmst du auf? Scheiße, ja, tu ich, tu ich, tu ich. Nice. Ich werde sterben. Ich werde einem Gas sterben. Dann gebe ich ab. Oh nein, nein. Als ob ich jetzt einem Gas sterben würde. Ich weiß, wo mein Fehler war. Also, es ist ein bisschen retardet. Aber ich weiß, wo der Fehler jetzt war. Hä? Ich wollte aus seinem Inventar aus, das auf meine Slots ziehen. Aber das geht nicht. Du musst das erst in dein Inventar ziehen und dann rein. Ja. Richtig komisch. Ja. Versteh nicht. Das ist halt, das Spiel ist halt so. Ja. Ja. Aber, muss man. Aber jetzt weiß ich's. Alter, dritter Platz, Junge. Ja, das ist nice. Holy shit, Alter. Meine Nerven. Ich hab so getriarded. Alter, ich hab den so oft eben getroffen. Fuck. Ja, und ich wollte halt von der Seite kommen, was er am Ende auch geklappt hat. Nee, nein. Ey, wo ist der hin? Vielleicht wegen der Granate? Nee, ne? Hattest du ein Kill? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Irgendwo muss das doch angezeigt werden. Wird das bei dir angezeigt? Nee, gerade nicht. Ich guck mal nach, was mit dem ist. Vielleicht seh ich das in meiner Aufnahmesekunde. Alter, GG. Ja, das war eine weitere Runde HNZ1, Leute. Nein, ich hab nur einen Kill am Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wo ist der hin?